Hey ihr Höhlenmenschen hier draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Und ja, dieses Projekt ist angelehnt an Desert Craft und da ist er, äh, an Craft Attack, an Craft Attack, ja, wir sind hier alle Faker. Ähm, ja, mit dabei ist heute der Pixel Battle. Hallo. Hallo. Ich glaube, ich habe mit dir noch nie aufgenommen auf meinem Kanal. Nein, haben wir doch nicht. Wir wollten einmal, aber dann. Nein, wir wollten für deinen Kanal aufnehmen. Ja, okay, naja, okay, ja, okay, kann sein. So, hier stehen ein paar Zombies, die wollen geschnetzelt werden. Der kommt rein, meine Freunde. Oh, meine Maus funktioniert nicht mehr. Ja, okay, doch jetzt. So, also unser Ziel ist es, wir sind ja Höhlenmenschen, deswegen wollen wir ja in eine Höhle ziehen. Wir wollen nicht auf den Berg und ein Haus, so wie es alle anderen machen. So, ähm. Nein. Nein, wir sind nämlich keine Faker. So, ähm. Ja, ich habe mir da eigentlich auch schon einen Ort ausgesucht, aber das ist so weit weg von der Hauptstadt. Gibt es hier nicht irgendwo in der Nähe auch noch einen tollen Berg, wo ich hinzunehmen möchte? Berge sind da hinten noch hier drin, aber ich höre hier oben. Hier hinten sind noch einmal hier durch diesen kleinen Wald. Okay. Und sorry, Leute, dass... Also hier wollen wir eher die PvP-Arena hinbauen. Okay. Da müsste hier mal ein bisschen Platz geschaffen werden, also so der Berg abgebaut werden. Oder du guckst einfach mal von der anderen Seite, dann ist es geil. Hier kann man auch richtig nice bauen. Ja, hier ist ein richtig schöner Platz. Ich würde es nicht tun. So, auf jeden Fall, Leute, ich nehme jetzt ohne Facecam auf, weil ich erstens hier liege. Ich habe es euch in der Moment... Und weil es schwul ist. Ähm. Wenn ihr das Video hier seht, dann kommt heute eigentlich das Kid Chameleon. Und dann wisst ihr noch nicht, dass ich eigentlich im Krankenhaus war, weil ich einen Bänderriss habe und nicht gehen kann. Und ich sitze das so wie so ein Behinderter und kann deswegen jetzt nicht mit Facecam aufnehmen. Und die Audioqualität ist dazu auch noch scheiße. Also perfektes Video, würde ich jetzt mal sagen. Aber weil der Pixel dabei ist, der rettet alles. Ja, ich rette alles. Ja. So, eigentlich, ich gehe da jetzt mal rüber und zeige dir mal, wo ich eigentlich geplant hatte, hinzugehen. Warte ganz kurz. Den Koks aber. Das ist meine neue Droge. So. Hm. Weil ich weiß nicht, ich bin eigentlich so ein einsamer Höhlenmensch. Ich möchte eigentlich alleine wohnen. Aber irgendwie wären Nachbarn auch schön, weil dann kann man sich immer so schön Sachen ausbauen. Ja, ja. Sag gleich Clown. Ich habe mir heute nämlich schon Karotten geholt und deswegen habe ich jetzt auch schon ein paar Anfangssachen, Leute. Weil man kann sich hier, also man kann hier drauf auch Offscreen spielen, damit auch die ganzen Farmarbeiten und so, das ist sonst alles so langweilig. Toll. Ja. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. War super. Mö, ich finde mein Zuhause nicht mehr. Ähm, hast du einen Timer oder so gestellt? Sonst stelle ich mir schnell einen. Weil ich möchte die Folge ungefähr so 20 Minuten machen. Ja, also ich würde sagen, wir nehmen 5 Minuten, maximal 5 Minuten auf. Jetzt ist es 8 und 3, äh, ja, nee, 28. Okay, dann würde ich mir ganz schnell eine Stoppuhr, nee, einen Timer auf 15 Minuten stellen. Nee, machen wir 16 Minuten, weil wir Gangster sind. Okay, 16 Minuten, dann klingelt mein Wecker und dann ist die Folge zu Ende. Auf jeden Fall, ich, mein Ziel ist es jetzt, ähm, noch schnell meine Höhle hier ein bisschen auszugraben, aber ich finde sie nicht mehr. Das ist ja das Problem. Da bin ich. Ich hatte die auf der anderen Seite von der Stadt. Wenn ich da, fühlst du, wie ich da wieder hinkomme. Ah, ich glaube, da drüben. Da drüben, glaube ich, muss ich hin. So. Ah, da bist du. Ja, hier bin ich. Hallo. Ich glaube, ich muss da rüber. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, da, wo dieses, wo dieses Birkenholzhaus ist, ist es komisch. Achso, ja, komm mal hier. Jo. Und wie viele Leute sind da in diesem Projekt jetzt eigentlich dabei? Ich weiß das gar nicht. Jetzt sind es wieder 15. 15, okay. Ähm. Also das Haus ist richtig geil hier. Dieses hier. Das sieht bei Herrn Bergmann. Berghaus. Last Attack. Ah, okay. Das wurde danach gebaut. Das sieht irgendwie nice aus. Ich glaube, ich habe sogar die Folge gesehen von dem jemanden. Ich glaube, der heißt, ich weiß nicht, wie der heißt. Aber die Umkleidekabine habe ich gesehen. Ah, das war aber schon bei mir. Hat ich das bei dir gesehen? Ich weiß auch nicht. Ich weiß das jetzt ehrlich gesagt auch nicht. So, auf jeden Fall. Ich muss jetzt, ich darf jetzt nicht so lange herumgrödeln hier. Ähm. Anschauen, die ganzen Häuser, das werde ich noch. Aber ich muss jetzt erstmal was finden. Und ich habe dich da hinten schon gesehen, ne? Ich kann dich ja mit F5 sehen. Ähm. Oh, ich muss wieder was essen. Hier verliert man irgendwie extrem schnell Hunger. Das ist aber nicht auf Hart bei angestellt, oder? Oh, eine Kiste, ey. Krass. Inhalt. Sehr schönes Haus hier. Auf jeden Fall. Der ist auch gerade dazu gekommen, also. Okay. Ja, ähm. Dieser York Gamed, der ist auch neu, oder? Jaja, das ist, äh, Dia Crafter. Also der da gerade. Wo wir gerade waren. Oh. Oh. Okay. Hier hat irgendwie jeder, äh, an einem Endgame Namen, als bei YouTube heißt. Ey, das nervt so übelst. Manche haben richtig komische Namen. Und dann, die auf YouTube, das ist schwer. Aber da hinten wäre eigentlich auch, also hier muss ich sagen, hier ist keiner. Und dann wäre ich auch noch in der Nähe von dir. Und dann, dann, ey, so. Hier unten finde ich es ganz schön. Und dann habe ich so einen schönen Ausblick, wenn ich so eine Höhle da rein mache. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht da vorne mal gucken. Mal gucken. Äh, so. Hier ist dein Haus. Mein Haus. Dann könnte ich hier so einen Höhleneingang machen. Was? Ich möchte, glaube ich, hier wohnen. Hier möchte ich wohnen. Hier finde ich es voll schön. So. Dann würde ich sagen, mache ich hier mal meinen Eingang. Ich habe zwar irgendwo auf dieser Welt schon ein Schild platziert, wo ich hingeschrieben habe, hier kommt Bumstorys Höhle hin oder irgend sowas. Aber das ist dann mal hinfällig. Wenn das jemand zieht, der kann es dann gerne abreißen. Und ich muss die Teilnehmerliste von dir kopieren, weil ich, 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 ich weiß nicht, wer da alles mit drin ist. Ich bin auch noch nicht alle drin. Ich weiß das nicht. Also, ich kenne ein paar Leute, die habe ich mir schon angeguckt. Ich habe jetzt aber nicht alle abonniert oder so. Aber ich werde jetzt dann alle abonnieren, damit ich sehe, wer mich da immer dann beklaut oder so. Weil ich denke, dass sie da schon mal bei mir vorbeikommen und dann mal so ein paar Sachen klauen. Jetzt traue ich den Leuten hier schon zu. Weiß ja nicht. Das ist mal einfach falsch. So. Zack. Ach, ich habe hier eh noch 15 Holzstücke drin. Wieso? Ja, von mir. Achso, von dir. Was könntest du sagen? Aber danke sagen, ey. Nee, Alter, das ist voll selbstverständlich, Alter. Ja, also ich auch so. Also ich finde, das hier ist ein schöner Eingang. Ich stelle hier mal meine Werkbank hin, so. Blub. Und ich würde eigentlich gerne so einen Stein hinmachen. Der Stein von der Hülle. Aber das wäre zu kompliziert, den immer aufzumachen. Aber ich kann ja irgendwie so eine Redstone-Schaltung machen, dass man dann irgendwie so rein kann. Aber ich kenne mich ja eigentlich mit Redstone nicht so aus. Ich bin ja nicht so der Profi. Das ist nicht so cool. Okay. Und mit Redstone was zu bauen, musst du dich da ein bisschen auskennen. Ja, aber dafür gibt es ja YouTube. Da kann man da nachschauen. YouTubes? Ja, YouTubes. YouTubers. So. Ich sage schon wieder die ganze Zeit so, wenn mir nichts anderes einfällt. Das sieht ganz gut aus. Ich würde sagen, ich lasse mal einen offenen Eingang. Aber auf jeden Fall brauche ich ein Bett. Hast du vielleicht drei Wolle? Ja, ja, Wolle habe ich hier gerade irgendwo gehabt. Hier. Eins, zwei, drei. Du musst nur mal vorbeikommen. Jetzt muss ich wieder kommen. Du hättest es mir auch bebringen können. Hallo? Nö. Ja, klar. Du bist wieder so ein faules Stück, Alter. Okay, danke, Rune. Auf Wiedersehen. Da habe ich es ja nicht weit. Und dann bin ich so ein bisschen abseits von der Stadt. Noch. Aber dafür wird das so ein schönes Haus. Und ich glaube, ich werde niemals in meinem Leben umziehen. So. Also wir machen uns hier erstmal zwei Kisten. So. Und dann stellen wir unser Bett hier hin. Ja, hier wohne ich, Leute. Ich bin hier offiziell jetzt eingezogen. Hallo. So. Einen Ofen mache ich jetzt auch gleich mal. Also ich hoffe nicht, dass man den Regen draußen hört. Weil mir regnet es gerade sehr stark. Regen. Ja, es regnet. Stell dir das mal vor. Hat es bei dir noch nie geregnet? Nee. Kenn ich nicht. So. Ach, so Wasser. Das ist voll ekelhaft. So nass. Ich wollte mir Holzkohle machen. Und dann können wir uns gleich mal eine Fackel machen. Aber wir brauchen hier irgendwas vor den Eingang. Aber ich packe jetzt einfach mal so Steine hin. Ein Höhlenmensch braucht hier Steine. Und hier kommen die Zombies ja eh nicht rein. So. Ach so. Schlafen. Boah. Du bist übelst hot. Wenn ich dich hier höre, ne? Ja. Boah. Okay. Wirklich mal gut schlafen. Ja. Ich bin im Bett. Gute Nacht. Ah, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Zerbergen. So, die Holzkohle ist fertig. Ich würde sagen, ich mache mir mal ein, zwei Fackeln. Ne, vier Fackeln. Ne, acht Fackeln. Das muss reichen. So, dann fackeln wir das alles mal aus. Und Leute, ihr könnt ja auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ich hier einen Shader installieren soll oder nicht. Aber das ist irgendwie so ein bisschen, ich habe jetzt noch nie mit dem neuen Minecraft, ähm, mit dem neuen Minecraft Launcher habe ich noch nie einen Shader installiert. Und ich weiß nicht, wie das geht. Doch eigentlich genauso, oder nicht? Och, keine Ahnung. Ich habe mir da, glaube ich, schon mal ein Video angeguckt, aber es hat bei mir einfach nicht funktioniert. Entweder, weil ich zu dumm dafür war, oder weil das Video scheiße war. So. Ähm, was kann ich denn hier reintun? Das Holz kann ich reintun. Und ich würde sagen, ich erweitere das hier ein bisschen und dann mache ich so eine kleine Wendentreppe runter. Und dann suchen wir gleich mal Diamanten, würde ich sagen. Diamanten. Hi. Hallo du Heslern, hau ab von meinem schönen Reich. Ja, ja, ich werde auch mal ein paar Diamanten suchen. Leute, aber ich habe teilweise bei Leuten schon gesehen, die hatten schon über, ich weiß nicht, über 100 Tode. Wie kann man sowas mal machen? Ja, äh, lange Weile, ne? Die bocken sich da alle tot, das können die in der Arena machen, Alter. Wenn mich jemand totboxt, ja, dann geht's ab. Glück auf. Oh, ich habe kein Essen mehr. Das ist eh so ein übelstes Essensproblem hier. Aber jemand hat auch so ein, ich glaube, dieser Captain Oliver, oder wie heißt der? Ja, 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 genau, Captain Oliver. Der Eulenmensch da. Der hat auf jeden Fall doch so ein riesiges Feld angepflanzt, oder? Ja, ja, muss aber sofort nachpflanzen. Ja, natürlich habe ich nachgepflanzt. Ja, 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 ja. Und ich muss sagen, ich habe noch nie Minecraft einen Kuchen gecraftet. Das muss ich jetzt echt hier mal, in Desert Craft muss ich das machen. Aber ich hoffe nicht, dass es so dann irgendwie ist, dass, ähm, wie lange wurde denn der Server bezahlt? Für wie lange? Ey, frag mich nicht. Auf jeden Fall werden die das verlängern, schätze ich, hoffe ich. Ich hoffe es, wenn nicht, dass dann das Projekt dann so einfach so abstößt, wie es damals zum Beispiel war. Ich meine, viele meiner noch ganz alten Abonnenten, die haben dann ja sicher noch mitbekommen, dass ich damals das Hexenprojekt hatte, das einfach dann nicht mehr kam. Das war deswegen, weil ich mit dieser Person, mit der ich das gemacht habe, mit der Cassie, hatte ich einfach kein, also, ich war dann lange Zeit nicht da und dann haben wir nie wieder was miteinander aufgenommen. Und ich meine, wir schreiben uns schon manchmal noch, aber selten. Und ich habe mit ihr jetzt auch schon, der letzte Aufnahmetermin war auch schon das letzte Video und seitdem haben wir auch gar nicht mehr geskypt. Und das Problem war, sie hat den Server gemacht und dann hat sie den Server aber für private Sachen benutzt und dann hat sie das auch für sie drunter gelöscht und dann war das Projekt im Arsch. Jetzt wisst ihr es. Also Cassie so manchmal auf dem Funbild her ist. Ja. Das weiß ich, ja, 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 die ist da. Ja, 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 aber der wurde ja extrem jetzt verändert. Ich finde es schade, dass der Labersack, ähm, dass jetzt, dass er den Server nicht mehr weiterführt. Ich meine, ich kann es verstehen. Welchen Server? Ähm, seinen Server, den, ähm, Funbild-Server. Ach so, ich glaube, da hat er jetzt Taxit drauf gemacht. Ja, er hat Taxit oben. Ich finde es trotzdem schade, dass er, weil ich fand den Server echt cool, aber es ist halt echt ein Haufen, ähm, Geld, das man da rein investieren muss und das dann halt nicht so geil. Also er hatte den Server zwei Jahre, glaube ich, ja, zwei Jahre. Ja, und er hat mir in Skype zumindest erzählt, ja, er hat da schon über 600 Euro oder, ne, über 300 Euro reingesteckt und, ähm, ähm, man muss halt verstehen, dass das nicht geht und bla bla. So, jetzt habe ich mein Bett abgebaut, so. Jetzt kann ich wieder nur nachts schlafen, ne? Sehr schlau von mir, wenn ich jetzt wieder sterbe. Ja, dann bist du da. Ich würde sagen, ich mache hier eine Wendeltrippe rein. Ich finde die Folgen auch ganz cool, Leute, ihr könnten mal Themen in die Kommentare schreiben, ähm, über was für Themen ich dann so reden kann. Weil ich finde, so kann man viel besser über Themen reden, als hier irgendwie Endergames. Da hatte ich mal so einen Versuch gestartet. Ich wollte ein Commentary machen, aber ein Live-Commentary und das hat einfach nicht funktioniert, weil ich immer wieder dann beim Spielen abgelenkt war. Aber wenn man baut, dann geht sowas. Aber das Einzige, was ich bei dem Projekt hier nicht verstehe, warum heißt es Desert Graph? Das hat doch nichts mit einer Wüste zu tun. Ja, frag mich nicht. Dann musst du die anderen fragen. Das ist schon ein komischer Name. Ich habe keine Ahnung. Oh, Eisen. Ja, Eisen ist doch immer gut. Ja, Eisen, das freut uns sehr. Ja, so, eins, zwei, vier, fünf, sechs. Und Kohle auch noch. Ja, das freut uns aber, das fände ich jetzt so geil. Ich hätte einmal Eisen gesucht, dann hatte ich, äh, eine Full-Ivan, Russi mit Full-Ivan-Tools. Mhm. Hatte das ganze Ivan gebrannt, hatte alles im Inventar, dann kam ein Creeper und hat Boom gemacht. Dann war alles weg. Das ist natürlich nicht so geil. Also erst bin ich einmal gestorben. Und dann kam der Creeper dann und hat alles zerstört. Eine Runde Mitleid. So. Ich muss mich hier noch weiter runtergraben. Wie mache ich das? Ja, so mache ich das. So mache ich das. Und, ja, ich bin ehrlich gesagt jetzt schon echt gespannt. Es ist nämlich jetzt, ähm, ja, bald so weit, dass auch die, die größeren YouTuber unter uns, sage ich jetzt mal, beziehungsweise nicht unter uns, aber halt, ähm, die haben jetzt dann auch ein neues Projekt. Ach so, ja. Ich glaube, ich glaube, die machen da sowas wie Tribute von Panem. Ja. Weil auch der Simon schon sagte, ja, die haben so einen riesigen Spawn gebaut und bla 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 und so einen Kreis. Also, ich glaube schon. Und vor allem, ich glaube, die sind in Districter aufgeteilt. Weil ja auch, ähm, der, der Dehner ist, glaube ich, mit dem Herr Bergmann. Genau. Und der umgespielt dann wahrscheinlich mit dem Suprime, weil er hat ihm ja das Ticket gegeben. Suprime ist ich mir. Ja, ich weiß, er heißt jetzt irgendwas mit Pixel Wolf, glaube ich. Ich weiß nicht. Hat er nur seinen Kanal gelöscht? Ja, ja, der, der, der böse Simon, der hat natürlich wieder so einen Spoiler-Titel gemacht, dass alle aufs Video klicken. Und, ähm, ja. Da ist grad auf dem Klo, da hab ich das nur so gesehen. Und ich hab dann auch noch, also ich liess immer mitten im Video so die Kommentare und er schreibt so, ja, tut mir leid, dass ich da jetzt so sentimental geworden bin, aber ich verstehe seine Entscheidung, bla bla. Und dann dachte ich wirklich so, ähm, der hört auf, aber er hat nicht aufgehört, er hat nur seinen Kanal gewechselt. Ähm, wenn er jetzt wirklich aufgehört hätte, dann wären echt, also ich muss sagen, ich hätt schade gefunden. Ich guck ihn jetzt nicht aktiv, aber ich hab ihn abonnieren und guck ab und zu mal rein. Aber was er alles schon erreicht hat, das ist schon nice. Das Beste, was er jemals gemacht hat, ist, er hat ungespielt entdeckt. So, was da? Nein, ungespielt hat ihn entdeckt. Andersrum. Ja. Durch ungespielt hat Subprime angef... Äh, nee, äh. Durch Subprime hat ungespielt angefangen. Ja. Mit YouTubes. Naja, der hatte ja vorher seinen Shredlock, ähm, Kanal, aber... Ja, gut. Geht nicht. Boah, Essen. So, also wir haben jetzt hier mal genügend Eisen. Ich glaub, das geht sich aus. Ich weiß nicht, ob der das sechsmal durchlaufen kann, aber ich würd sagen, ich mach hier drei rein und unten in den Ofen mach ich auch drei rein. Dann müsste das schon klappen. Oh, wir haben einiges an Cobblestone. Und ich werde jetzt am Anfang auch gar nicht gleich den Fehler hier machen, dass ich in irgendeiner Weise gleich die Kisten zu Kacke aufräume. Ich werd das gleich alles so super sortieren. Ähm. Sind da sonst noch irgendwelche anderen Mods installiert außer den Killcounter? Äh, nein. Oh Mann, ich hab so einen Scheiß. Dein Wecker. Klingelton. Ähm, also, das ist nicht mein Klingelton. Und das ist ein Timer. Und das war irgendein zufälliges Lied, weil ich hab da noch nie den Timer gestellt. Also, Leute. Mhm. Ähm, das war's ja eigentlich von der Folge. Ähm, das ging jetzt ganz schön schnell um. Ja, aber nur eigentlich. Eigentlich würde ich die Folge ja jetzt noch 500 Millionen Stunden weitermachen, aber ich hab jetzt dann auch noch was zu tun. Ich hoffe, die Audioqualität war nicht zu schlecht, weil wenn ich da ranknalle oder so, dann kommt immer so ein leichtes Rauschen, weil das sind ja meine, ähm, Dingsbumskopfhörer. Ja, aber ab, Moment, wann fahr ich wieder nach Hause? Am... Freitag. Ne, ja, am Freitag fahr ich nach Hause. Da kommen aber bis dahin jetzt wieder nur Videos mit dieser Audioqualität hier. Das müsst ihr jetzt ganz kurz überleben, Leute. Aber wenn ihr cool seid, dann überlebt ihr das auch. Aber am Dienstag fahr ich wieder nach Hause, genau am Dienstag. Und da geht's dann wieder mit meinem Blue Yeti-Mikrofon weiter, wo die Audioqualität dann wenigstens besser ist als die hier. Und ja, Leute, ich esse jetzt noch eine Karotte und würde dann mal sagen, ich überlasse das letzte Wort dem Pixelbettel. Äh. Äh.